Musik Dann starten wir mal Team Devmatch Gibraltar Gibraltar Ich kann das nicht so richtig aussprechen Gibraltar 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 Gib mir Ich machs Synchro 5 4 3 1 Das ist mir wurscht Ob ich die zwei vergessen haue Jetzt wird geschnachselt Immer schön Nein, 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 nein Ah, gut Oh, wir sind eine Leiter Voll unnötig So ein Zerbert Der ist gerade getötet worden Der Feind allein in schwere Verluste Durchbrechern Oh, wir sind eine Leiter keine ahnung auf jeden fall wo kam der aber her und da auch noch recht zu mir ich die leute mal rette bevor so ein slurry hält ich habe so groß wenn ich mich nur kurz auf eine stelle konzentriere werde ich schnipselt fand ich gerade ein bisschen nicht so cool aber weil das gerade gelaggt hat 100 parts bei dem auch gerade gelaggt ach man wieso leckt das dann immer so lol was ok das war gerade nun wirklich ein bisschen echt aber ich habe nicht gesehen ja dass du mir das gesagt hast das habe ich mitbekommen aber wieso spionage ich hasse wenn die leute immer so rein werfen und du voll so läuft mal rein klar wirst du mich verarschen ich hasse das wieso leckt das spiel denn immer so ja achtziger assist leckt mich am marsche als hätte ich den mann selber getötet das verstehe ich nicht so gewaltig heftige unterschiedliche assist zu geben hier gehe ich nicht lang und tschüss meine damen und herren feindliche vorräte entdecken und verbindet den nachschub da hat er das gewusst stinkt der stinkt vielleicht aber nicht in fuck man ich verstehe nicht ich kontrolliere hier den spawn wir wurden hier drüben gespawnt wie kann da dann einer rüberkommen so schnell dass er dir nicht ein einziges mal irgendwie in die arme läuft da genau wie so ein alpha kevin alter was ein alpha kevin bin extra hochgesprungen da war gerade einer scheiße da hat es gewusst ich nicht wieso bin ich hier schon wieder alleine drüben ich wollte gerade sagen ich jetzt bin ich nicht mehr allein ja ist ja klar ist ja typisch genau die aufklärung sucht nach zielen zeichnung wenn ich die vorräte entdecken unterbindet den nachschub hey komm bist du mit drei schüssen hinten ich bitte euch jungs okay legt mich verloren 26 13 ist ausgegangen auswischen machen wir so ein alpha kevin also das gibt's ja und sowas stirbt da nicht aber wie ich auf den sack geht naja gut bis zum nächsten mal